Ja, hier ist der Olli von Session und die Zeugerschaft der Mesa Boogie, den Dual Rekki-Feier. Ja, hier ist der Olli von Session. Ja, hier ist der Olli von Session und die Zeugerschaft der Mesa Boogie Rekki-Feier. Und ich glaube, es gibt keine größere Ikone, wenn es um Metal-Ams geht oder um Verzerrung geht oder raue Rotzverzerrung geht, als ein Mesa Boogie Rekki-Feier. Ich meine, Mesa Boogie ist eine amerikanische Firma und steht gewissermaßen auch im Gegenpol zu diesen ganzen Briten. Ich meine, ihr wisst ja, Marshall ist auch sehr, sehr wichtig, wenn es um Rock oder auch Metal geht. Aber Mesa Boogie ist eine Firma, die sich zunächst auf das Modifizieren von Fender-Ams spezialisiert hat. Das heißt, man hat einfach zwei Vorstufen miteinander verbunden, hat dann mehr Verzerrung erzeugt. Und Verzerrung ist ja immer das, worauf es bei der Beurteilung eines Verstärkers ankommt. Und genau an dem Punkt polarisiert der Rekki-Feier natürlich, weil er eine ziemlich rotzige, rohe, raue Verzerrung produziert, die sehr, sehr stark drückt und vielen Spielern, die den App nicht so mögen, so ein bisschen matschig rüberkommt. Und das hört man natürlich auch, wenn ich diese Riffs spiele, dass das Ganze untenrum total fett grollt und kotzt. Und das ist so eine Geschichte, da scheiden sich manche Geister, ich habe es ja schon gesagt, wo man dann nicht so genau weiß, soll ich es nehmen oder soll ich es nicht nehmen. Viele sagen, ich habe mit Mesa Boogie noch nie einen guten Sound bekommen. Viele sagen auch, ich habe mit Marshall noch nie einen guten Sound bekommen. Insofern rate ich euch natürlich in dem Fall, probiert es aus und schaut, was euch anmacht oder was ihr geil findet. Und dann landet ihr auch dabei. Ja, ich meine, dieser Boogie-Rektifier sieht man wirklich auf allen Bühnen, wenn es um Metal geht oder wenn es um Verzerrung geht oder in jedem Studiereport steht irgendwo in der Ecke doch noch ein Dual oder ein Triple, auch wenn noch ein Ecstasy oder ein Dietzel, VR4 oder ein Herbert irgendwo in der Nähe stehen. Slipknot, Metallica, Korn, Alter Bridge. Ich meine, auch die ganzen Sachen von Tool sind auch sehr viel mit Rektifier gespielt. Da müsste man horchen, man kann Rektifier auch erkennen, weil ein Rektifier klingt vom Druck her, abgeblockt, ähnlich wie offen. Das ist auch das, was man wirklich von so einem schlanken Marsch unterscheidet. Das heißt, wenn ich die Seiten abblocke, habe ich bei einem britischen Amp so einen Pumpen, dass ich so dicke Backen bekomme, dieses Bup, Bup. Und wenn ich die Seiten offen spiele, dann wirkt das Ganze schlanker. Beim Rektifier drückt es eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen wird das Ding auch so gerne genommen, weil er einfach einen mörderischen Druck erzeugt, den man für bestimmte Musikstile haben will. Ich habe jetzt in dem Fall mal einen Dual Rektifier ausgegraben. Ist die überarbeitete Version, hat einen besseren Clean-Kanal, hat abgestimmte High-Gain-Kanäle. Das heißt also, der zweite und der dritte sind näher beisammen. Das heißt, man kann die gut nehmen für Rhythmus und für Solo. Zeige ich euch nachher noch ein bisschen. Und der Clean-Kanal ist, wie auch beim Road King, dem Lone Star entliehen. Das heißt, der Clean-Kanal klingt wesentlich geiler. Auch der serielle Effektweg ist überarbeitet worden. Also die ganzen Nachteile, wo man immer so rumgemeckert hat am Rektifier, sind gewissermaßen aus der Welt geschafft. Früher war es ja so, wenn man Rektifier gespielt hat, vielleicht erinnert ihr euch noch, hat man sehr oft nebendran so einen Roland-Jazz-Khorus gesehen für den Clean-Sound, weil die Dinger einfach clean zum Kotzen geklungen haben. Heute ist das anders. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf den Clean gehe und ich lasse mal die Paula an, dann hört man schon ganz gut, dass das Ding hier... ...schon glitzert, wenn ich mal auf die Zwischenposition gehe. Das war so eine Geschichte, die gab es bei den alten Rektifiers auf gar keinen Fall. Auch der Push-Modus gefällt mir sehr gut. Wenn ich praktisch im ersten Kanal auf die erste Verzerrung gehe. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Vorstufe. Bisschen mehr ins Master rein. Wird ein bisschen dicker noch. Das ist natürlich nicht das, wofür ein Rektifier bekannt ist. Ein Rektifier ist bekannt für diese ganzen ultrabrutalen Metal-Geschichten. Und als Rektifier damals in den 80ern angefangen hat und es ging so auf diese härteren Geschichten raus, waren die Jungs natürlich mit ihren Mark I und Mark II Kombos nicht up-to-date. Insofern haben sie die Rektifier-Serie ins Leben gerufen, die wirklich diesem Stil verschrieben ist. Und deswegen gehe ich gleich mal auf den zweiten Kanal. Der hat als Vorwahlstellung, könnt ihr euch mal anschauen, hier Raw, Vintage und Modern. Raw und Vintage ist von der Soundabstimmung fast gleich, außer vom Gain her. Das heißt, Raw hat ein bisschen weniger Gain. Man kann es auch am Rauschen. Das ist Raw, das ist Vintage, Modern ist ultrabrutal, das zeige ich gleich. Da hört man schon ein bisschen diese Rauheit. Und wenn ich jetzt auf Modern gehe, dann kriege ich dermaßen von hinten diesen Druck in den Rücken. Das ist unfassbar, selbst wenn ich offene Akkorde spiele. Ja, und das ist natürlich eine Geschichte. Die Rektifiers werden gerne mit Gitarren gespielt, die mit ihren G-Pickups ausgestattet sind, aus bestimmtem Grund. Ihr könnt euch mal durchlesen durch die Foren, viele boosten ihre Rektifiers gerne mit einem Maxon 808 oder mit irgendeinem Overdrive, der den Sound der Gitarre etwas verschlankt. Und ich sage es ja immer, wenn man es von mir hören will, aber vielleicht auch jetzt, BMG-Pickups machen den Sound einer Gitarre etwas dünner. Und das ist meistens nicht so toll, manchmal aber gerade gewollt. Und vor allen Dingen dann, wenn der Verstärker arg suppt. Und dieser Boogie ist natürlich in dem Fall sehr bekannt für diese dicke Suppe, die man fast schneiden kann. Und mit einer Gitarre, die durch ein Verzerrerpedal geboostet wird oder auch durch BMGs verschlankt wird, lässt sich diese Suppe leichter durchschneiden. Das heißt, die Gitarre ist besser zu hören, die Anschläge sind besser da. Jetzt kann ich das mal direkt zeigen. Das heißt, die Gitarre ist besser zu hören. Es hört man sehr, sehr stark, dass jetzt halt die EMGs den Amp zugänglicher machen, was diese Anschläge angeht. Dafür ist natürlich Rectifier bekannt. Was ihr noch wissen könnt, natürlich, der Amp lässt sich fahren auf 100 Watt oder auf 50 Watt. Auf 50 Watt habe ich eine größere Endstufenverzerrung bei gleicher Lautstärke. Finde ich gar nicht so geil, weil der Amp sowieso sehr fett ist. Das heißt, auf 100 Watt hat er mehr Headroom, ist ein bisschen tighter. Und mir gefällt er eigentlich besser auf 100 Watt. Auch bei leiserem Master, das ist ein bisschen Geschmackssache, da kann man sich ein bisschen reinhören. Aber diese Geschichte muss man halt schauen. Ansonsten ist es so, dass praktisch die Gleichrichtung auf der Rückseite, das könnt ihr jetzt nicht sehen, entweder Dioden oder Röhren gleichrichtet ist. Und Röhren-Gleichrichtung liegt ein bisschen weicher. So habe ich zum Beispiel den zweiten Kanal eingestellt. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger Schnack und mehr Suppe. Und das mag ich ganz gern für diese, gut, jetzt habe ich eine IMG-Gitarre, aber das müsste auch so gehen. Es ist weicher als die Dioden in Gleichrichtung auf dem dritten Kanal. Das ist natürlich supergeil. Jetzt gehe ich mal auf die Siebenseiter, denn Rectifiers sind natürlich auch bekannt. Ich meine, Jeff Loomis von Nevermore hat auch früher Rectifiers gespielt. Natürlich auch geboostet, ja, auch mit IMGs. Jetzt ist immer die Frage, was man für eine Musik macht. Wie gesagt, Rectifiers sieht man auch im Punkrock oder sowas. Da müsst ihr mal gucken, wenn die Jungs sehr, sehr viel offen schraddeln, weil es eben so krass drückt. Da müsst ihr mal gucken, wenn es nicht so krass drückt. Da müsst ihr mal gucken, wenn es nicht so krass drückt. Und wie ihr seht, ich habe den Amp direkt aus dem Laden genommen, ist klar. Wir haben auch den Triple Rectifier da, den Dual Rectifier. Viele, viele Kombos von Miser Boogie, müssen wir vorbeikommen. Das ist echt ein wichtiger Punkt. Den Rectifier muss man hören und fühlen und entweder lieben oder hassen. Das ist supergeil. Ich liebe so Dinge, die polarisieren, ist der Hammer. Wir haben den Amp natürlich auch zum Versand, ist klar. Auf www.session.de gibt es die ganzen Specs. Könnt ihr nochmal nachlesen, ob ihr vielleicht ein Dual oder doch ein Triple wollt. Der Triple hat 150 Watt, der Dual hat nur 100 Watt. Reicht aber auch, um Lärm zu machen, ist klar. Ansonsten bestellt das Ding einfach über www.session.de. 66 Tage habt ihr Umtauscht, 33 Tage Moneyback. Mir hat Spaß gemacht und ich sage Tschüss.